So, ich habe mal das Glück, aber hat noch einer überlebt, ich werde verrückt. Gut, gut. So, jetzt brauche ich das nächste Upgrade für die anderen Gebäude. Dann habe ich hier Konsumstrials, kannst du knicken, sowas will ich nicht in meiner Gemeinde haben. So, du gehst da hin. Ihr sammelt da auf. Sehr schön. Liegliches Gold ist wichtig. Mit euch. Ein Iron. Du kannst mal hier den Iron zu Ende minen. So. Zack. Und du, den Stein da. Ja, wir arbeiten uns langsamer sich nach unten durch. Einen Gold. Ja, brauche ich nicht wirklich. Aber so kommen wir zumindest ein bisschen schneller dran. Wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich? Ja, gut. Brauche ich doch derzeit. Da ist wieder ein Schatz. Sehr schön. Okay. Ich weiß nicht mal. Okay. getötet werden ist mit viel gesundheit wird zum zum heiler aus akoren heiler greift dich an aber der braucht irgendeine verbesserung also einer mit viel gesundheit sehr schön gold geht voran da meine iron eigentlich tschüss noch eine ist ja ekelhaft meine güte ist das ekelhaft hier drei da diese zum typen ist gut kannst du willst fressen aber nicht bei mir so du könntest mal wieder ein stück mauer weiter hochziehen ja für die verbesserung dieser türme bräuchte ich als stein stein ist gerade so ein bisschen mau muss ich ganz ehrlich sagen ja gut gehe nach unten bau den stein ab bau den stein ab geht schon klar ist irgendwie viel schneller als die anderen immer so aufgefallen die beiden hier sind eher so langsamer gesellen was war das hier für ein schatz okay good to know da kam einfach mal so ein schatz noch zusammen so gut wie hin da muss ich dann die nächste verbesserung haben und da bin ich noch ein ganzes stück von entfernt da brauche ich noch 130 gold das reicht mir weit noch nicht was ich hier habe so rein theoretisch kannst du deine zeit mal nutzen spikies hier auslegen wieder ein schatz sehr gut sehr sehr feine 230 wir nähern uns dem ziel wir nähern uns dem ziel so spikies kann man auch upgraden aber wie soll die gegner hier nur so ein bisschen slowen erstmal deswegen zack hier weiter geklöppelt alle schön geschäftigt halten hier wir keine faulpelze haben ach die beendest du nicht automatisch ok ja wie gesagt kann man hier mit mit steinen und so upgraden aber ich brauche erstmal meinen stein hier für meine stadt morgen sie ist wieder unterwegs und sie ist hungrig komm wir opfern den stelle ich hier unten hin das ist der übergabeort von morgen die olle fresserin ja ja sind schon gut vorangekommen in der mine oben gibt es kaum noch ressourcen arbeiter arbeiten fleißig zumindest die die ich sehe oh das war ja der der ich ungünstig dachte das wäre ein neu hinzugekommener woopsie naja passiert soo schön klöppeln da bist du wie ist der der übernimmt seine position einfach da ist genau das gleiche zack soo das wird mit tomb geöffnet wer hätte es gedacht soo arbeitet fleißig ich ziehe die mauer da oben schön hoch gut auch noch 50 ich brauche noch ungefähr 50 gold mein farmer da der macht seine arbeit eigentlich ganz nice jetzt nicht meckern jetzt nicht meckern soo aber holt sich den typi hoffentlich irgendwann mal braucht ja wieder ewigkeiten das mädel ach wieder eins zu weit nach oben das liebe ich ne warum wenn ich hier tricke heißt es ihr sollt da hingehen morger friss ihn soo egal ich tue die meinen fallen was naja es kommt eh nicht bis dahin die kommt eh nicht bis dahin also was solls soo hier three times entschuldigung der ist mir wichtiger der ist ja viel besser der ist ja einfach mal viel viel besser soo puff puff ja das machen wir nicht sind die da unten gefährdet wenn da mal was ist wenn da mal was ist so du kannst mal hier holen was sie hinterlassen hat ähm mehr villager mein theoretisch schon beteiligen war beim letzten mal jetzt auch nicht die beste mein mining stone kannst gleich mal anfangen mit arbeiten du kannst gleich mal anfangen ich die mauer schneller hoch zack soo hier wird weiter geklöppelt ich mach erstmal noch so ein schutzwall dazwischen da kommt die fiese nicht durch so ist es mir lieber aber das mit dem gold das dauert wieder das dauert ja wieder so du arbeitest ja besonders flink also mach deine fackel an und das gilt auch für sie so bam 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 alles soweit schicki bisher das da das da ich brauche mal wieder einen schatz ich brauche hier mal einen schatz immer noch 20 von dem ziel entfernt entfernt so bam ganz mal nachher unten durch arbeiten so es mangelt natürlich wieder an allem aber die mauer geht voran wir sind fast hinten angekommen sehr schön kribbelt hier weiter ich brauche schätze ach räusper warum sind hier keine schätze sehr ekelerregend ich kriege ja das gold eher auf normalen wege durch weil das schöne überschätze machen aber ne ich bin hier kein schatz mehr wo du kannst mal hier unten den stein weitermachen steine findet man immer muss nur anstrengen so mal auf jetzt sind wir da hin na bist du mal langsam fertig sehr schön immer noch nichts so da war natürlich wieder keine nickelquelle aber nicht schlecht da kann er dort warten während die die kaninchen die kaninchen platt machen ja so sehr gut 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 hier mal bitte weitermachen jetzt habe ich das gold eh auf einem normalen wege durch jetzt fehlt mir kaum noch gold was upgrade ich dachte ich bin hier noch nen schatz aber nein ja und kann sie sein ist mir egal also erstmal gold jetzt gerade aufgehörter zu arbeiten irgendeiner ja dann bitte mach das da da kommen die fischer langsam tja dafür baut man solche fallen für ghule ja sehr schön ich kann upgraden sobald er die mauer hoch gezogen hat kann ich das nächste machen so die da immer schön ey keine fackeln was soll das zack so gut ist hin sehr schön was gefunden so ist das gut oh shit da war tatsächlich ein paar ghule dabei ne die müssen erstmal weg wo das hier weiter geht muss ich die erstmal platt machen so bist du mal fertig hier mit der mauer wo bist du du versteckst dich da zack wo stein aufgebraucht nächsten stein anfangen bitte ja man muss hier stetig nachher sein so da ploppen sie schon wieder weg nein mein stacheln kann ich aufhalten euch alle aufhalten wof siehste hier mach ich sogar mal gute stacheln draus tut länger weh hihihi wof noch schnell geupgradet ja nein ach quatsch ist ja gar nicht in gold ach ich liebe das powerfinding at its best wie immer den falschen weg nehmen so wirst du dich nicht angesprochen von dem gold klumpen wer jetzt nicht gehandelt hat frage ich mich so jetzt kann ich doch genau nein kann ich nicht ich hab nicht genügend gold ich wollte einen marktplatz bauen hier brauche ich auch überall gold äh shitty aber es macht ja nichts ich kann ja jetzt hier weit nach unten gehen das macht ja absolut nichts da unten müsste es ja auch schätze geben so hab ich nicht gesagt schätze die machen es aus gut meine verteidigung hält gut durch kaum noch einige kommt auch was großes ist es nein nichts großes ok ich bin erstaunt ist ja ruhige nacht auch noch ein bisschen gold den marktplatz rein theoretisch könnte ich auch was verkaufen beim händler um an das gold ranzukommen aber ne machen wir jetzt nicht so meine sind noch 18 ein guter schatz und wir haben das gold drin so den dicken hat es da zerrummst die werden hier alle schön weggenommen so muss es sein so muss das sein ach da ist wieder so ein ekelhafter ritter aber die nehmen auch schaden auch die lösen dran glauben das hier eigentlich durch irgendetwas ach so stronger ja ja ok es gibt keine normalen zombies mehr die haben jetzt auch schilder die sehen so fleischfarben aus so ja da müsst ihr nur ein bisschen auf distanz halten schaut euch an zwei schätze richtig cool richtig cool ja ich wollte unbedingt dahin gut paar feindigen das ist so eine sache bei dem spiel das haut noch nicht so ganz hin so marktplatz bitteschön einmal hingeklöppelt dann kann ich dann meine waren verkaufen ohne den händler zu belästigen sogar zu besseren konditionen ich bin mir gar nicht so richtig sicher jetzt mal gucken ne schlechtere der wollte doch nur fünf faden versuch vor naja egal ähm wird zeit von paar häuser war was ist denn hier warum halten die so lange durch so ist nur noch einer aber halt viel zu lange durch was ist das meine güte meine güte zack so häuslebauer ähm die ja könnten wir auch mal bauen ich glaube da krieg ich die langbogen schützen her ach hier ist eine tomb klein krisern egehaft die kleinen krisern machen ja mach dir mal platz